Ich bin der Gerry von der Firma ABC Fliesen in Kirchbüchel. Ich bin Geschäftsführer hier und den Betrieb haben wir 1995 in Wirgl aufgemacht und haben dann 2005 mit dem Neubau begonnen und 2006 sind wir in Kirchbüchel eingezogen. Also anbieten wir das Rundumbaket, was heute eine Sanierung betrifft oder auch Neubauten, sprich Sanierung geht dann in diese Richtung, dass wir auch mit Installateuren, Elektrikern etc. zusammenarbeiten und natürlich machen wir sehr hochwertige 3D-Planungen mit dieser Fliese, die sich der Kunde auch aussucht. Es ist ja jetzt die Zeit angebrochen, wo entfließt wird und die Sachen, die gefließt werden, werden eigentlich in sehr großen Keramiken gemacht, sprich in Größen bis zu 120 x 278 und das wird relativ zeitlos gestaltet mittlerweile. Meine Lieblingsfliese ist die Serie Boost von der Atlas Concord, die habe ich auch selber in meinem Haus. Wir haben auch da einen sehr großen Erfolg mit dieser Fliese, weil sie Punkt 1 qualitativ das Hochwertigste ist, was am Markt ist und Punkt 2 sehr, sehr zeitlos. Ich habe das große Glück schon seit langen Jahren immer die gleichen Mitarbeiter zu haben, also die sind über zehn Jahre plus da bei mir und ich glaube der Mitarbeiter ist eigentlich mit dem Material, mit dem hochwertigen, was man verkauft, das Wichtigste in einer Firma. 2005 hat uns im alten Geschäft in Würgl das Hochwasser überrascht. Da haben wir zwei Meter Wasser im Geschäft gehabt. Wir haben einen riesen Schaden gehabt und die Volksbank hat mich eigentlich dann gerätet mit der Finanzierung von diesem Projekt. Die haben wir mir geläbt und seitdem gibt es für mich keine andere Bank mehr. 亮 sehen Sie. Musik 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 Vielen Dank.